KI Kremis, auf den Schultern von Riesen. Verletzt künstliche Intelligenz Autorenrechte? KI Kremis mit Dr. Jaromir Konechny Willkommen zur neuen Folge der Videoreihe KI Kremis der SRH Fernhochschule. In dieser Reihe stellen wir euch die spannendsten Entwicklungen in künstlicher Intelligenz vor, ihre Herausforderungen, ihre ungelösten Probleme KI Kremis. Alle wichtigen Links zu dieser Folge findet ihr in der Beschreibung unter diesem Video. Es wäre grandios, wenn ihr diesen Kanal abonnieren und euch an der Diskussion unten in den Kommentaren beteiligen könntet. Neugierig, begeisternd, menschlich. Ich heiße Jaromir Konechny, bin Fachdozent für künstliche Intelligenz an der SRH Fernhochschule. Für Spaß mit unserem neuen KI-Rätsel. In diesem Video gehe ich der Frage nach, ob generative Text-zu-Bild-Diffusionsmodelle wie Stable Diffusion, DALI 2 und mit Journey Autoren- bzw. Copyright-Rechte verletzen, weil sie an vielen Bildern in Internet-Bild-Datenbanken trainiert werden. Somit auch an vielen Bildern, die mit einem Copyright geschützt sind. Diese Klagen gibt es bereits. Im Januar 2023 verklagte die Bildagentur Getty Images die Plattform Stability AI, weil Stability AI unrechtmäßig Millionen von Bildern der Getty Images Webseite abgegriffen haben soll, um damit ihr Text zu Bildmodell Stable Diffusion zu trainieren. Können aber Plattformen verklagt werden, weil sie ihre Text-zu-Bild-Modelle an öffentlich zugänglichen Bildern trainieren lassen? Egal, ob die Bilder mit einem Copyright geschützt sind oder nicht. Darum geht es in diesem Video. Vieles hier gesagt, kann man auch auf generative Sprachmodelle und ihre Chatbots wie ChatGPT übertragen. Es sind eben alles Deep Learning Modelle. Die meisten Bilder dieses Beitrags haben nach meinen Textaufforderungen den Promts das Text-zu-Bild-Modell DALI 2 von OpenAI gemalt, wie diese vier Bilder einer Katze. Millionen Menschen auf der ganzen Welt lassen nach ihren kreativen Promts Bilder von Text-zu-Bild-Modellen erstellen und erfreuen sich an dieser Demokratisierung der Kunst. Viele Künstlerinnen befürchten dagegen, dass Deep Learning Modelle menschliche Künstlerinnen ersetzen. Genauso erhitzen sich künstlerische Gemüter, weil Text-zu-Bild-Modelle an Bild- und Bildbeschreibungspaaren aus dem Internet trainiert werden. Das heißt an vielen Künstwerken, die durch Copyright geschützt sind. KI bedroht Künstlereigentum, leitet die FAZ den Artikel »Wer hat Angst vor DALI 2?« von Christoph Böhringer ein und schreibt im Untertitel, dass Illustratoren und Comic-Zeichner sich um ihre Ideen und ihren Stil betrogen fühlen. Wenn generative Text-zu-Bild-Modelle jedoch Bilder in diversen Stilen generieren sollen, müssen sie an Bildern dieser Stile und ihrer Künstlerinnen trainiert werden. Erst dann kann ich Stable Diffusion mit einem Prompt auffordern, ein Bild im Stil von Frank Frazetta zu generieren, auf dem ein Roboter Motorrad fährt. Frank Frazetta ist erst im Jahr 2010 verstorben. Seine Bilder in den Internet-Datenbanken sind mit Copyright geschützt. Frank Frazetta, der Schöpfer von Conan, war ein berühmter Fantasy- und Science-Fiction-Illustrator und einer der einflussreichsten Illustratoren des 20. Jahrhunderts. Chad Cipiti schreibt dazu, »Frazetas Kunstwerk hat einen tiefgreifenden Einfluss auf die Popkultur, in dem er zahlreiche Künstlerinnen und das Aussehen und die Stimmung von Filmen, Videospielen und anderen Medien inspirierte.« Wie viele liebende Künstlerinnen haben sich beim Betrachten von Frank Frazettas Bildern die Merkmale dieser Bilder und somit Frazettas Kunst erschlossen? Genauso wie generative Text-zu-Bildmodelle sich bei ihrem Training an Frazettas Bildern Merkmale dieser Bilder erschließen? Einen Roboter auf einem Motorrad hat Frank Frazetta nie gemalt, zumindest keinen solchen wie Stable Diffusion. Das Modell kann immer von Neuem Merkmale von Frazettas Kunst zusammensetzen und hunderte verschiedene Bilder eines Roboters auf dem Motorrad in Frazettas Stil malen. Auch Frank Frazetta stand jedoch auf den Schultern von Riesen. Ryan Catten vermutet in seinem Blog, dass Frazetta von dem tschechischen Illustrator Zdenek Burian beeinflusst wurde. Rechts oben seht ihr eine Illustration von Zdenek Burian, darunter eine von Frank Frazetta. Ähneln sie hier nicht die Merkmale des Stils von Burian und Frazetta? Wenn Maschinen sich aber die Merkmale ihrer Trainingsbilder ähnlich wie Menschen erarbeiten und man ihre Plattformen deswegen verklagt, müsste man auch nicht alle menschlichen Künstlerinnen verklagen, denn alle haben von ihren kreativen Vorgängern und Vorgängerinnen die Merkmale ihrer Kunst gelernt. Bevor wir die Frage der Klage entscheiden, schauen wir doch kurz, ob Menschen und Maschinen sich die Merkmale der beobachteten Bilder ähnlich erschließen. Jeder kreative Mensch steht auf den Schultern von Riesen, wenn man nicht an göttliche Eingebungen glaubt, die einen fluten wie die Sinnflut. Ein Maler muss Unmengen Werke von kreativen Malern und Malerinnen gesehen haben, um kreativ zu malen. Auch ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin lernt bei großen Kollegen. Einmal fragte ich einen Schreiberling, welche Bücher er denn liest. Ich habe nicht einmal Zeit, meine eigenen Texte zu lesen, sagte er. Wenn er seine Riesen gelesen hätte, um sich auf ihre Schulter zu stellen, hätte die Lektüre seiner Texte vielleicht Spaß gemacht. Was meint ihr, in welchem Stil hat Dali II diese Büchersäule gemalt? Na, wisst ihr es schon? Ihr habt recht, im Stil von Kaspar David Friedrich. Wie genau funktioniert diese Merkmalserkennung bei Menschen und anderen Säugetieren? Wie verarbeiten wir die visuellen Reize aus unserer Umgebung? Für ihre Entdeckungen über Informationsverarbeitung im visuellen System haben David Hubel und Thorsten Wiesel im Jahr 1981 den Nobelpreis bekommen. Konkret haben sie entdeckt, dass Merkmale der beobachteten Objekte im visuellen System einer Katze hierarchisch verarbeitet werden. Dadurch konnten sie das Modell der rezeptiven Felder aufstellen. Rezeptive Felder sind die Bereiche unserer Netzhaut, Rezeptoren, in denen visuelle Reize gebündelt und an einzelne Neuronen unseres visuellen Systems geleitet werden. Welche Merkmale des Bildes erschließen sich aber einzelne Neuronen der äußersten Neuronenschicht des visuellen Systems, wenn sie visuelle Reize verarbeiten? Um das zu erforschen, haben Hubel und Wiesel ein Neuron der primären Seerinde einer Katze angezapft und elektronisch beobachtet. Zuerst reagierte das Neuron nicht, egal was die zwei Forscher ins Auge der Katze projizierten. Nach Wochen vergeblicher Mühe waren die Wissenschaftler so verzweifelt, dass sie der Katze Bilder aus Herrenmagazinen vorlegten. Aber auch das fand die Katze nur langweilig. Das Katzenneuron sprach auf keine Bilder an. Wochenlang. Doch plötzlich feuerte das Neuron, als einer der Forscher den Bildobjektträger vor den Augen der Katze drehte. Die einzige mögliche Schlussfolgerung aus dieser Beobachtung war verblüffend. Das Neuron reagierte nur auf eine Kante des Objektträgers in einer bestimmten Richtung. So wie auf dem Bild. Links wird ein Lichtbalkenstimulus ins Auge der Katze projiziert. Rechts sehen wir an der Anzahl der Striche an der horizontalen Zeitachse, dass der vertikale Lichtbalken in der Mitte am längsten das Feuern des angezapften Neurons stimuliert. Je ähnlichere Orientierung die benachbarten Lichtbalken haben, umso länger feuert das Neuron. Solche Kanten bzw. Striche in bestimmten Richtungen werden im visuellen System zu immer abstrakteren Merkmalen zusammengelegt. Je tiefer die Schichten von Neuronen liegen, zuerst werden vom visuellen System Kanten bzw. Striche in bestimmten Richtungen ermittelt. Je tiefer man in das visuelle System taucht, auf dem Bild von unten nach oben, umso abstrakter werden die Merkmalsrepräsentationen. Diese Art, sich Merkmale zu erschließen, heißt hierarchisches Lernen von Merkmalsrepräsentationen bzw. hierarchisches Repräsentationslernen. Doch wie ist es bei den Maschinen? Wie erschließen die Blurning-Modelle sich ihre Merkmale anders als Menschen? Die Entdeckung des hierarchischen Repräsentationslernens von Hubel und Wiesel bei ihren Katzen-Experimenten hat Jan Le Kühn Ende der 1980er Jahre inspiriert, konvolutionale neuronale Netze, Convolutional Neural Network, CNN, zu entwickeln. CNN waren auch die ersten praktisch erfolgreichen Deep-Learning-Modelle. Schon in den 1990er Jahren konnte man damit handgeschriebene Postleitzahlen in den USA erkennen. Das historisch wohl bedeutendste CNN ist das Alexnet des Computer-Vision-Teams der Universität Toronto, Alex Krischewski, Ilya Sutskewa und Geoffrey I. Hinton. 2012 hat Alexnet mit seinem überragenden Sieg über regelbasierte Programme bei der ImageNet Challenge die Revolution in Deep-Learning und KI gestartet. Menschen, Tiere und Deep-Learning-Modelle erschließen sich Merkmale der ihnen zugeführten Reize bzw. Datenbeispiele hierarchisch nach einer ähnlichen Mustererkennung. Mit der Repräsentation von rudimentären Merkmale eines gerade verarbeiteten Bildes bis zu immer abstrakteren Merkmalsrepräsentationen und zwar je tiefer man ins Deep-Learning-Modell oder in die neuronalen Schichten des visuellen Systems im Gehirn taucht. Bei konvolutionalen neuronalen Netzen kann eine solche hierarchische Verarbeitung der Merkmale visualisiert werden, wie Google-Forscher es bei ihren Experimenten zeigten. Je tiefer die Schicht eines konvolutionalen neuronalen Netzes, umso abstrakter bzw. komplexer sind die von ihr verarbeiteten Merkmale eines Bildes. Von links nach rechts Striche, Texturen, Muster, Teile und Objekte. Somit entspricht die maschinelle Verarbeitung der Merkmale etwa unserer visuellen Mustererkennung, den Fundamenten, mit denen die kortikalen Kolumnen unseres Neokortex, z.B. die Neuronenschichten unseres visuellen Systems, sich die Merkmale des Wahrgenommenen erschließen. Nur muss ein Mensch ein paar Mal eine Katze gesehen haben, um alle wichtigen Katzenmerkmale zu ermitteln. Ab da kann der Mensch Katzen immer erkennen, weil dem Gehirn bei seiner Bilderkennung auch sein Wissen, seine Erfahrung und sein gesunder Menschenverstand helfen. Ein konvolutionales neuronales Netz muss dagegen bis 20.000 Bilder von Katzen gesehen haben, um Katzen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zu erkennen. Ein großes Deep-Learning-Modell muss oft an Hunderten, Millionen und mehr Datenbeispielen trainiert werden, um menschliche Bild- und Mustererkennung und darüber hinaus menschliche Sprache und Kreativität nachahmen zu können. Aus diesen Gründen stehen menschliche Künstlerinnen und generative KI-Modelle mittlerweile gleich verteilt auf den Schultern von Riesen. Trotzdem sind menschliche Künstlerinnen auf die Maschinen sauer. Maschinen können nicht sauer sein, sie können nur schöne Bilder malen, wie zum Beispiel eine Maschine einer mysteriösen Künstlerin Blumen reicht. Zusammenfassend kann ich sagen, generative Text-zu-Bild-Modelle erschließen sich die Merkmale der Kunstwerke in ihrem Trainingsdatensatz, und zwar ähnlich wie wir Menschen. Nur lernen wir Menschen die Merkmale der Kunstwerke unbewusst, Maschinen lernen Merkmale ohne Bewusstsein zu haben. Was folgt aber aus der ähnlich funktionierenden Mustererkennung von Menschen und Maschinen? Wenn die Blumenig-Modelle durch die Art ihres Trainings Autorenrechte verletzen, dann tun es kreative Menschen auch. Nur wissen sie es leider nicht, sonst würden sie Maschinen nicht verklagen. Können Künstlerinnen und Agenturen, also Plattformen, verklagen, weil ihre Modelle ähnlich wie menschliche Künstlerinnen sich Merkmale der Kunstwerke ihrer Vorgänger erschließen? Das nicht. Leider erschließen sich Text-zu-Bild-Diffusionsmodelle bei ihrem Training nicht nur die Merkmale der verarbeiteten Kunstwerke. Manche Kunstwerke werden von ihnen kopiert bzw. memoriert, das heißt auswendig gelernt. Das haben Wissenschaftler der Universitäten Maryland und New York in ihrer Studie Diffusion Art or Digital Forgery, Investigating Data Replication in Diffusion Models, gezeigt. Und das ist ein Problem. Dass man die Modelle wegen der Erschließung der Merkmale ihrer Trainingsbilder nicht belangen kann, habe ich in diesem Video gezeigt. Doch ganze Bilder auswendig lernen oder zumindest Teile der Bilder und sie dann als eigene Erzeugnisse in die Welt setzen, sollten sie auch nicht. Das dürfen nur Menschen machen. Diese Menschen nennt man dann aber Fälscher oder Betrüger. Speziell haben die Forscher ausgiebig Stable Diffusion von Stability AI untersucht. Auf dem Bild seht ihr das Dream Studio Light von Stable Diffusion. Stable Diffusion war mit 2 Milliarden Bilder- und Bildbeschreibungspaaren aus der Leon Bilddatenbank trainiert worden. Leon stellt seine Bilddatenbank allen frei zur Verfügung. Leon's Bilder- und Bildbeschreibungspaare werden im Internet jedoch von der gemeinnützigen Plattform Common Crawl gesammelt. Common Crawl Suchmaschine durchsucht Milliarden von Webseiten und stellt die Ergebnisse als umfangreiche Datensätze allen zur Verfügung. Den größten Anteil an Bildern schnappt sich Common Crawl bei Pinterest. Selbstverständlich werden von Common Crawl auf diese Weise aber auch viele Bilddatenbanken durchsucht, die Copyright geschützte Bilder zum Verkauf anbieten. 23RF, Adobe Stock CDN, iStock Fotos, Shutterstock, aber auch eben Getty Images, deren Betreiber Stability AI verklagt haben. In der Figur 1 der Studie der Forscher der Universität in Maryland und New York seht ihr in der ersten Bildreihe Generation die von Stable Diffusion nach Prompts der Forscher generierten Bilder. In der Reihe darunter, Leon A Match, stehen die Bilder aus der Leon Datenbank, die mit dem von Stable Diffusion generierten Bild darüber mehr oder weniger übereinstimmen. Zum großen Teil handelt es sich aber um eine starke semantische Ähnlichkeit der Szenen, ohne dass die Bilder pixelweise übereinstimmen. Zum Glück lernen die Modelle relativ wenige ihrer Trainingsbeispiele oder der Teile davon auswendig. Trotzdem passiert es. Womit wird aber diese Memorierung der Bilder bei Text-zu-Bild-Diffusionsmodellen verursacht? Eigentlich beobachtet man die Memorierung von Daten bei allen Deep Learning Modellen, also auch bei reinen Sprachmodellen. Viele Machine Learning Experten setzen die Memorierung der Modelle gleich mit ihrem Overfitting, mit der Überanpassung der Modelle an ihre Trainingsdaten. Overfitting findet statt, wenn ein Modell zu komplex ist, zu groß für seine Trainingsdaten. So wie ein Schüler, der die ganze Kraft seines Gehirns darauf verwendet, das Lehrbuch auswendig zu lernen, statt die Zusammenhänge darin. Im Grunde tritt Overfitting beim Training jedes Deep Learning Modells auf. Das ist auf diesem Bild veranschaulicht. An der horizontalen Achse ist die Anzahl der Trainingsepochen aufgetragen. Während einer Epoche werden alle Datenbeispiele des Trainingsdatensatzes verarbeitet. Bei dieser Verarbeitung werden die Parameter des Modells neu berechnet und angepasst. Durch diese Anpassung macht das Modell immer weniger Fehler. Oft muss ein Modell in vielen solchen Epochen trainiert werden, bis es gut auf die gesehene Daten verallgemeinen kann. An der vertikalen Achse ist der Verlauf der Fehlerfunktion des Modells aufgezeichnet. Die rote Kurve zeigt die Abnahme des Fehlers während des Trainings. Die grüne Kurve den gleichzeitigen Verlauf des Fehlers bei der Verarbeitung der Validierungsdaten. Diese Vergleichsdaten werden nicht für das Training des Modells verwendet. Sie zeigen uns nur, wie das Modell auf nie gesehene Daten verallgemeiner lernt. Der Fehler des Modells nimmt während seines Trainings bei der Klassifizierung der Trainings- und Validierungsdaten bis zu einer bestimmten Anzahl der Epochen ab. Das Modell lernt immer besser die Merkmale der Daten und wie sich diese Merkmale bei den Datenbeispielen der verschiedenen Klassen unterscheiden. Ab der etwa 50. Epoche beginnt in diesem Beispiel jedoch der Fehler bei der Klassifizierung der Validierungsdaten wieder zu steigen. Wenn sich die zwei Fehlerkurven voneinander entfernen, findet Overfitting statt. Das Modell ist überangepasst, lernt die Trainingsdatenbeispiele auswendig und kann immer schlechter die Validierungsdaten klassifizieren. Auch wenn Trainingsdaten nicht neutral verteilt sind, können Ausreiser aus dem Datensatz auswendig gelernt werden. Ausreiser sind Datenbeispiele, die nicht so richtig zu den restlichen Daten passen. Sie tanzen aus der Reihe. Dazu gehört auch, wenn das gleiche Bild häufig in der Trainingsbild-Datenbank vorkommt. Witteli Feldman von Google Research hat gezeigt, dass das Auswendiglernen von solchen Ausreisern, das heißt nicht neutralen Datenbeispielen, notwendig ist, damit Deep Learning-Modelle optimal verallgemeinern können. Daraus folgt, man kann die Plattformen nicht verklagen, weil ihre Texte zu Bild, Modelle, Merkmale von Kunstwerken lernen. Man könnte sie aber theoretisch verklagen, wenn ihre Modelle ordentlich lernen. Denn dann lernen sie ein paar Ausreiser-Datenbeispiele auch auswendig. Zum Beispiel, wenn ein Bild in einer Bild-Datenbank zu oft vertreten ist. Das passiert öfter, auch weil manche Bilder in verschiedenen Formaten zum Kauf angeboten werden. Fehler zu machen ist eben das Fundament des Lernens, sowohl bei Menschen als auch bei Maschinen. Bevor wir endgültig am Ende dieses Videos angelangt sind, muss ich kurz zu der Studie der Forscher der Universitäten Maryland und New York zurückkehren. Sie haben vor allem herausgefunden, dass Diffusionsmodelle wie Stable Diffusion Bilder nicht 1 zu 1 auswendig lernen, sondern mehr oder weniger große Teile bzw. Objekte der Bilder und die Gesamtbedeutung der Szenen. Sie nennen das Reproduktion von Inhalten und definieren es folgend. Ein generiertes Bild hat replizierten Inhalt, wenn es ein Objekt enthält, das in einem Trainingsbild identisch erscheint. Dabei werden geringfügige Abweichungen im Erscheinungsbild vernachlässigt, die sich aus der Datenerweiterung ergeben könnten. Inwieweit hier bei einzelnen Bildern tatsächlich ein Betrug vorliegt oder eine juristisch akzeptable Verfremdung, pastisch, müssen Juristen entscheiden. Sicher bewegen wir uns hier in einer recht grauen Grauzone. Wenn ich Dali 2 auffordere, Mona Lisa zu generieren, verfremdet Dali 2 Da Vinci's Werk nahezu parodistisch. Das Modell macht Mona Lisa voll schlank und das ist zwar nicht charmant, aber sicher erlaubt. Zumal Leonardo da Vinci schon zu lange tot ist, um Künstlerrechte zu haben. Klagen würde Leonardo sicher nicht. Er würde sich freuen, dass die Wissenschaft und Kunst gedeihen und viel mehr Menschen erreichen, als zu seinen Zeiten vor 500 Jahren und dass die heutigen Künstlerinnen auch auf seinen Schultern stehen, dank seiner Kreativität. Was meint aber ihr? Klagen oder nicht klagen? Wir sind am Ende dieses Videos angelangt. Wenn ihr tiefer in künstliche Intelligenz und Data Science tauchen wollt, begrüßen wir euch gern an der SRH Fernhochschule. Die Welt ist voller Wunder und die Wissenschaft die Poesie der Realität. Wir sind die Forschungsreisenden von heute, Seefahrer auf Routen durch unerforschte Welten. Denkt dran, unseren KI-Krimi-Kanal zu abonnieren. Bis wir uns bei der nächsten spannenden Folge wiedersehen, wünsche ich euch viel Spass mit Deep Learning. Tschüss. Stopp. Blödsinn. Nochmal, ich habe sie irgendwie versaut. Eigentlich bebo... Nochmal. Mein Gott, ich spreche wie ein Indianer wieder. Das gibt es doch nicht. Ich bin wahrscheinlich hungrig. Das Modell lernt immer besser die... Das Modell lernt immer besser die Merkmale der Daten und wie sich diese Merkmale bei den Daten beispiele.